So, der ist ja hier schmalbereit, weil ich beim Raps durch die Bargassen fahren musste. Jetzt müssen da wieder die breiten Räder drauf. Hier muss der Bauer Hause was trinken, er hat Durst und es ist schon Viertel nach vier. So, der ist ja hier schmalbereit, weil ich beim Raps durch die Bargassen habe, der ist ja hier schmalbereit.